hallo meine liebe heute wisst stricken zusammen soll herr fäustlinge ja wie ich sage richtig hoffe ich stricke wie sie wissen ich stricke für zwillinge und ich habe schon drei stück gestrickt das ist nicht bis ende weil ich brauche noch hier schnur und ich würde machen mit weiß weil alle meine sachen zu gestrickt blau und weiß und ich denke okay hier dann würde ich einfach ein schnur machen mit häkeln und dann ich zeige auch so drei stück habe ich gemacht und vierte dann ich zeige schauen sie wie brauchen sie diese fäustlinge wir brauchen 30 marschen ja anschlagen ganz normal 30 marschen und dann stricken mit rippen muster eins zu eins ganz einfach hoch so sie brauchen nichts besondere wir brauchen nur eine randmasche und dann stricken eine rechte eine linke so ein rechte eine linke und so bis ende ja eine rechte eine linke so wie stricken mit dieser rippen muster eins zu eins dann sechs reihe so das ist erste unsere reihe und wir brauchen dann noch fünf reihe stricken dazu dann ich zeige weiter was wir machen okay schauen sie ich will nur erste reihe zeigen weil manche wissen auch nicht wer ist anfang anfänger dann sie wissen auch nicht was mit letzter marsche und ja so linke und letzte stricke als rechte so ende und dann stricken sie noch fünf reihe und wie dann griffen uns sechs reihe rippen muster eins zu eins ist fertig wir sind an linke seite schauen sie müssen rechnen zum 1 2 3 4 5 6 stück jetzt wie stricken weiter randmasche zwei zusammen zwei zusammen umschlag wieder zwei zusammen umschlag weiter zwei zusammen umschlag zwei zusammen umschlag zwei zusammen umschlag um so bis in der zwei zusammen umschlag zwei zusammen umschlag zwei zusammen umschlag sowie strecken bis er dass diese kleine loch wir machen dann für schnur ja wir müssen auch nur machen danach später ich habe gesagt zwei zusammen umschlag und randmasche so fertig ja und nächste reihe wir strecken einfach alle maschen rechte maschen so erstes randmasche und dann wir strecken umschlag sowie so dass wir bekommen ein kleines loch alle maschen sind rechte maschen so war jetzt wir strecken graus rippen muster und ich zeige moment ich stricke und zeige dann weiter was sie brauchen so schauen sie wir haben solche kleine loche und jetzt dass es diese kleine doch ist da auch schauen sie hier und jetzt sie strecken graus muster ja so sie strecken rechte seite und linke seite alle marschen rechte maschen dass sie bekommen solche rippen zehn stück wann sie haben an richter seite solche zehn rippen schauen sie ein zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn und dann wir machen abnahme ich würde zeigen wie wir machen abnahme dass wir bekommen so schöne form okay so strecken sie einfach dass sie haben an rechte seite zehn solcher rippen wie ich habe gesagt beide seite linke sie strecken rechte maschen und an rechter seite sie strecken auch alle maschen rechte maschen so wir rechnen ein zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn wir sind an rechter seite was wir machen jetzt machen abnahme abnahme wir machen in jeder rechte reihe rand maschen zwei zusammen nur in rechte ein zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zwei zusammen zwei rechte zwei zusammen rand maschen so gehen wir an linke seite und wieder weiter abnahme machen rand maschen zwei zusammen zwei zusammen sieben sieben rechte ein zwei drei vier fünf sechs sieben zwei zusammen zwei rechte zwei zusammen sieben rechte zwei zusammen randmarsche zunächst wir sehen dann rechte seite randmarsche zwei zusammen fünf rechte zwei zusammen zwei rechte zwei zusammen fünf rechte zwei zusammen randmarsche nächste reihe wir sind an linke seite randmarsche zwei zusammen drei rechte zwei zusammen zwei rechte zwei zusammen drei rechte zwei zusammen randmarsche nächste reihe es letzte randmarsche zwei zusammen eine rechte zwei zusammen zwei rechte zwei zusammen eine rechte zwei zusammen randmarsche so wir haben schon gestrickt warten sie wir müssen ein bisschen weit unsere faden schneiden und jetzt wir brauchen auch nadel mach mal rein so und was wir machen schauen sie alle diese maschen was wir haben auf nadel wie holen so mit nadel ganz einfach so ziehen und gehen wir auf linke seite und jetzt einfach nähen schauen sie sehen sehr gut ja und dann nähen unsere stricksache so ist ganz einfach sie brauchen eine masche von einer seite eine masche von anderer seite und so nähen sie randmarsche von einer seite und randmarsche von anderer seite so ich habe genäht schauen sie und gehen auf rechte seite ist wunderschöne fäusslinge ja super und jetzt ich würde mit häkeln häkeln machen einfach käthchen mit 70 maschen so einfach käthchen 70 maschen und fertig ja ich habe schon schnur gestrickt für alle vier fäusslinge wie sie sehen so ich habe probiert mit 70 maschen das ist zu wenig ich finde und dann ich habe mit 100 maschen solche 100 maschen käthchen gestrickt und das alles passt wunderbar so meine liebe waren sie haben welche fragen dann sie können natürlich bei kommentar schreiben sonst ich finde dass ich habe alles gezeigt und sie stricken ohne probleme diese wunderschöne kleine handschuhe oder fäusslinge für ihre neugeborene baby ich wünsche euch alles gute bleiben sie gesund eure strickmama tschüss